Servus Erik, was geht ab? Du, ich habe deine Nominierung bekommen. Vielen Dank dafür erst mal und du musst dir keine Sorgen machen. Ich kümmere mich super ums Haus. Ja, es ist alles in Topform, wenn du wieder zurückkommst und was genau ich da den ganzen Tag mache, das werde ich euch jetzt mal zeigen. Oh 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 Erik, ich bin fertig mit dem Sudoku. Schauen wir mal in einen geilen Film. Jo, okay, passt, läuft. Ja, ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Einblick in mein Leben zurzeit bekommen, in meinen Alltag und als nächstes würde ich gerne den Daniel Wein nominieren, weil Vino, es fehlen mir einfach unsere gemeinsamen Mittagessen und ich würde einfach auch mal gerne sehen, wie es bei dir zurzeit ausschaut. Also, in dem Sinne, fertig.